So, jetzt machen wir hier Terror-Klingeln bei der Alten. Los, Kim, klingel. Mann, 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 Mann. Funktioniert's aber? Hier ist die Mailbox von Kim McNamara. Ach nee. Ich bin zur Zeit nicht zu erreichen. Hinterlassen Sie mir eine Nachricht. Kim, hier ist Dave, dein Mann. Oder sollte ich sagen Ex-Mann? Ich habe deinen Brief gelesen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Hatten wir nicht vereinbart, dass wir nochmal über alles reden? Eins kann ich dir versprechen. Wenn du diese Sache wirklich so durchziehst, dann bekommen wir zwei verdammt großen Ärger. Ich werde nicht... Maximale Sprachnachrichtlänge erreicht. Danke für Ihren Anruf. Verdammt! Toll! Dann rufen wir gleich nochmal an und sagen den Rest, den wir sagen wollten. Blödes Miststück. Los. Die kriegt was zu hören von uns. Mann, gerade eben hast du doch auch auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Jetzt habt dich mal nicht so. Und trinken gehen noch hier mit Joe? Geht auch nicht. Ich dachte, er will jederzeit mit uns trinken gehen. Hat er das nicht gesagt? Gut, dann... Dann haben wir ja jetzt keine großartigen Auswahlmöglichkeiten. Dann gehen wir wirklich schlafen. Und lassen den Tag 2 auch hinter uns. Überlegen nochmal. Hoffentlich finde ich hier mal etwas Schlaf in den nächsten Tagen. Wenn nur diese verdammte Träumerei endlich aufhören würde. Mich würde ja wirklich interessieren, was Daves Psyche so beeinträchtigt. Oder was er überhaupt für Probleme hat. Außer jetzt Schlafproblemen. Aber wir legen uns jetzt erstmal schlafen. Noch nicht. Noch nicht? Gut, dann machen wir das, was wir jetzt wahrscheinlich jeden Abend tun. Wenn wir den Abend ausläuten oder den Tag ausläuten. Wir gehen einen saufen. Shop. Nein, nicht shop. Ich will in die Nighthawk Bar. Vielleicht treffen wir da auch wieder auf unseren freundlichen Gesellen, den Oberpimp. Ja, er sitzt schon wieder. Hier drüben sitzt er schon wieder da. Und ich nehme an, er wird gleich die Frau anbaggern. Denn das sieht einfach stark danach aus, habe ich das Gefühl. Ist nicht wahr. Das Mama-Söhnchen. Bist du eigentlich lebensmüde, Kumpel? Hi, Randall. Guten Abend. Whisky? Einen Doppelten. Kommt sofort. Da bettelt jemand mal wieder um Schläge. So, mit der können wir nichts anfangen. Auch wenn sie hier so nett rumsitzt. Mit dem auch nicht. Dann können wir uns mal wieder bloß hinsetzen. Info. Na, Ärger gehabt. Kann man so sagen. Ärger mit einer Frau. Hä? Sieht man mir das an? Sie sind ein cleverer Bursche, Randall. Hinterm Tresen bekommt man einen Blick dafür. Und, äh... Kriegen Sie es wieder hin? Sie meinen mit der Frau? Ich hab keine Ahnung. Schätze, das liegt nicht in meiner Hand. Noch einen, bitte. Noch einen? Lassen Sie es langsam angehen, Junge. Hat sie einen anderen Kern? Nein. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Midlife-Crisis? Wir haben einfach Ärger. Wer hat Schuld? Schuld? Naja, Schuld. Ich schätze ich. Was haben Sie angestellt? Ist ne lange Geschichte. Oh. Schießen Sie los. Du hast also ne Frau? Kein Wunder, dass sie auf einen Waschlappen, die dich keine Lust hat. Hey, Ryker, halt die Luft an, ja? Der Junge hier hat Probleme. Sicher hat er die. Die hat Probleme, bei der nur diese speziellen Operationen helfen. Eine Frau soll sich mal bei mir melden, Waschlappen. Dann lernt sie mal einen richtigen Mann kennen. Gib mir ihre Nummer, dann kannst du einpacken. Ryker, es reicht jetzt. Ist schon okay, Randall? Na klar, Randall. Schon okay, Randall. Für den Waschlappen ist alles okay. Wollen wir wetten? Seine Frau macht gerade zu Hause mit einem anderen rum. Aber hey, für ihn ist das okay, Randall. Das glaube ich aber auch. Gut, dann gucken wir mal hier. Was haben wir denn? Kim. Also, Doc. Raus mit der Sprache. Was wollen Sie hören? Die Geschichte von meiner Frau? Wenn Sie wollen. Ich bin gespannt. Jetzt erzähl schon. Ich habe Kim 1995 kennengelernt. Im Studium in Washington. Sie hat Kunst studiert, ich Medizin. Sie war eine tolle Malerin mit großen Plänen. Malerin, was? Was malt sie denn so? Ganz schön wildes Zeug. Aber nicht wütend, wissen Sie? Eher stark. Sie hatte eine unheimliche Energie. Ich verstehe nicht viel davon. Und jetzt malt sie nicht mehr? Wie kommen Sie darauf? Sie sagten, sie war eine tolle Malerin. Sagte ich das? Ja, sie malt jetzt nicht mehr. Warum nicht? Sie hatte einen Unfall. Oh. Und war der Unfall... Sie ist fast blind seitdem. 15% Sehkraft. Wie ist das passiert? Ein Unfall, wie gesagt. Ein verdammt unglücklicher Unfall. Wir hatten Streit auf einer Grillparty bei uns im Haus. Ich hatte... Naja. Es war eben eine verdammt unglückliche Geschichte. Sie wollen nicht darüber sprechen, hm? Mir reicht's davon zu träumen. Sie konnten ihr nicht helfen. Ist es das? Randall, hören Sie. Ich will nur was trinken, okay? Okay. Okay. Entschuldigen Sie. Reden wir über was anderes. Ihr Job. Was ist mit Ihrem Job? Naja, die Leute denken immer sonst was, wenn sie hören, dass ich Psychiater bin. Manche meinen, ich könnte Ihnen direkt in den Kopf sehen. Und alle Ihre schmutzigen Gedanken lesen. Genau. Aber wissen Sie, eigentlich ist es ein ganz normaler Job. Andere reparieren Autos. Oder ruinieren Leber. Und Sie, Sie reparieren Seelen. Oder wie? Jedenfalls versuche ich's. Nicht wirklich reparieren, wissen Sie. Es ist mehr so etwas wie Schutt beiseite rollen. Wege frei machen zu den Untiefen. Jesus, ich schätze, die würde ich nicht auch noch von anderen Menschen sehen wollen. Meine eigenen reichen mir völlig. Klingt nicht, als ob sie viel Spaß hätten. Das ist nicht die entscheidende Sache im Leben. Aha. Was denn dann? Eine Sache ernst nehmen. Sein Bestes geben. Anderen helfen. Sorry, Doc, aber das klingt eher nach Army. So ein Zeug hat uns unser Käpt'n erzählt. Die ganze Pfadfinderleiher. Ja, wir sind hier, um unseren Job zu machen. Wir sind hier, um zu helfen. Wir sind hier, um die Freiheit zu verteidigen. Und, was haben wir gemacht? Wir haben kleine Kinder bombardiert. Tja, manchmal will man helfen und in Wahrheit schadet man. Manchmal will man anderen helfen und man schadet sich selbst. Bei der Army wissen Sie das. Deswegen haben Sie Leute wie mich, die den Schutt wegräumen. Ich war sieben Jahre bei der Army. Welche Einheit? Psychologische Operationen. Ich war für die Betreuung von Simulationsprobanden zuständig. Was zum Teufel ist das? Gefechtssimulation. Computergestütztes Gefechtstraining. Also kein richtiger Krieg? Wie man's nimmt. Wir waren zuständig für den Krieg vor dem Krieg. Und den Krieg nach dem Krieg. Den Krieg im Kopf. Aber das machen Sie jetzt nicht mehr? Nein. Zu schlecht bezahlt? Nein. Ihre Frau hatte was dagegen? Nein. Der Job war nichts für mich. Wie ich Ihnen gesagt habe, manchmal will man anderen helfen und man schadet sich selbst. Hatten Sie Ärger mit Ihren Patienten? Nein. Es hat mir nicht gut getan. Ich war einfach nicht der Richtige. Ich habe zu viel nach Hause mitgenommen. Was haben Sie denn so gemacht? Ich habe Traumata behandelt. Gefechtsparanoia. Albträume. Psychische Veränderungen nach Kampfhandlungen. Es tut nicht jedem gut, zerfetzte Leichen zu sehen, wissen Sie? Es tut auch nicht jedem gut, daran schuld zu sein. Es hat Ihnen nicht gut getan, nur davon zu hören. Ist es das? Nein. Nicht sehr. Und Sie haben selbst noch Probleme damit? Lassen wir's dabei. Ist lange her jetzt. Ich bin fertig damit. Gut, jetzt hat er ja ganz schön gequatscht hier. Also scheint Dave daran schuld gewesen zu sein, dass sie ihr Augenlicht verloren hat. Das macht natürlich dann das Denken und Handeln von Kim ein bisschen nachvollziehbarer. Einfach weil er ihr, auch wenn er es nicht wollte natürlich, und sie auch weiß, dass er das nicht wollte, aber er hat ihren Lebensinhalt quasi kaputt gemacht damit. Und wahrscheinlich kann sie ihm das einfach nicht verzeihen. So und jetzt reden wir mal über Arschloch Pimp hier drüben. Weißt du was, Kumpel? Du gehst mir gewaltig auf die Nerven. Und jetzt geht's aufs Maul. Ich hab gesagt, du nervst. Trink deinen Wodka und halt die Klappe. In Ordnung? Sag mal was, Schlappen. Kann es sein, dass du dich ein bisschen im Ton vergleichst? Ja. So redet man nicht mit Erwachsenen. Hat deine Mama dir das nicht beigebracht? Riker, pack das Ding weg. Halt du dich nach raus, Ramp. Tja, und nun? Jetzt machst du dir ins Hemd, was? Dazu nicht mehr alle. Deine Frau kann einem wirklich leid tun. Was zur Hölle? Uh. Okay, Spatzfreund. Und jetzt? Wer macht sich jetzt ins Hemd? Hey. Hör mal, Mann. Bleib ganz cool, ja? Das Ding könnte losgehen. Sag bloß. Mach keinen Blödsinn, Junge. Kann ich nicht versprechen. Hör auf, Mann. Bist du irre oder was? Es gibt Leute, die sagen das. Randal! Verdammter Mist. Der Typ geht durch. Schon gut, Mann. Tut mir leid. Ich wollte das nicht. Nicht mein Tag heute. Sieht ganz so aus. Ich gehe jetzt besser. Ich bin müde. Gute Nacht. Und die Knarre behältst er aber. Sehr gut. Meine Güte, ich muss wirklich aufpassen. Oder? Nee, wir haben die doch nicht. Schade. Ich dachte, wir kriegen ja die Knarre noch gleich von dem. Aber offenbar doch nicht. Mann, Mann, Mann. Dave hat es einerseits ganz schön drauf. Und andererseits ist er aber offenbar doch auch schon ein bisschen kaputt. Und hat gewisses Aggressionspotenzial. Und wir legen uns... Was für ein Albtraum. Ich richte nur Schaden an. Ich gehe am besten sofort schlafen. Wollte ich gerade sagen. Wir legen uns dann lieber direkt ins Bett. Und schauen, ob der morgige Tag besseres bringt. Aufzeichnung. Protokoll Montag, 12. November 2007. Fortschritte bei Untersuchungen wie folgt. Alle fünf Patienten waren ansprechbar. Medikamente sind nach wie vor abgesetzt. Der Patient in Zelle 5 musste fixiert werden. Die Maßnahme ist mit den Behörden abgesprochen. Für alle Patienten sind rekursive Rekonstruktionen gelungen. Teilweise unter Einsatz von Atmosphäreveränderungen und externen Hilfsmitteln. Die Sitzungen wurden aufgezeichnet. Inhaltliche Auswertung ist nach wie vor schwierig. Hinweise auf Identitäten haben sich nicht ergeben. Von Bedeutung dürfte der Zusammenhang zwischen den Erinnerungen sein. Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die fünf Patienten miteinander zu tun hatten und sich am gleichen Ort aufhielten. Zwischen mehreren Patienten ist es offenbar zu handgreiflichen Konflikten gekommen. Als Aufenthaltsort kann ein Militärgelände vermutet werden. Mit großer Sicherheit am Wasser gelegen. Weitere Schritte? Fortsetzung der Rekonstruktion mithilfe der bisherigen Mitschnitte. Protokollaufzeichnung Ende. Privatnotiz. Kim hat sich einen Anwalt genommen. Frank. In der Kneipe an der Ecke saß heute zum zweiten Mal so ein Schwachkopf und hat mich provoziert. Wenn er wüsste, er würde seine Klappe nicht so weit aufreißen. Ich beherrsche mich. Und trotzdem, ich hätte um ein Haar abgedrückt. Ich hätte es beinahe getan. Vielleicht hat Kim recht. Ich habe jede Nacht Albträume. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Ich weiß es nicht. Meine Güte. Dave, Dave, Dave. Du bist fertig. Dann leg dich lieber schnell ins Bett und versuche es zu vergessen. Wenn ich bloß heute Nacht schlafen kann. Du bist fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020